Ich freue mich und hoffe, dass die Bude brennt und dass wir uns alle auf das Wesentliche konzentrieren und das Einzige Wichtige konzentrieren, dass wir alle zusammen den Klassenerhalt anstreben. Von der ersten bis zur letzten Minute. Psychologisch gesehen beschäftige ich mich auf keinen Fall mit, wenn der Negativfall eintreten sollte. Ich beschäftige mich psychologisch nur mit dem Positiven. Ideell hätte ich natürlich eine Vorbereitung gehabt, aber ich bin eigentlich ein Fan der englischen Wochen, weil ich das als Spieler auch geliebt habe, mehr zu spielen als zu trainieren. Und ich glaube auch, die heutige Generation der Spieler, dass die das auch mögen, mehr zu spielen als zu trainieren.